hey leute und herzlich willkommen auf beim kanal leute ist schon etwas länger her dass es wieder ein video gab aber auf jeden fall gibt es heute wieder ein neues video für euch und zwar gibt es mal wie ihr schon im titel gesehen habt um das scythe tool bzw heute um die neue und geupdatete version vom scythe tool auf jeden fall leute habe ich mir gedacht zum release das neuen scythe tool haue ich noch mal ein video raus um euch zu zeigen wie das funktioniert und wie ihr eben die sensor gratis in fordner battle royale bekommen könnt was ganz wichtig ist dass ihr wieder euch das scythe tool runterlädt dass ihr winrar habt und dass ihr diese schraubenspitze gehabt wenn ich mich nicht ganz irre die ihr auch beim letzten tool dann gebraucht habt auf jeden fall würde ich sagen falls ihr euch das ganze runtergeladen habt wie schon gesagt download link zu dem scythe tool ist in der video beschreibung beziehungsweise auch zu winrar falls ihr noch keinen winrar habt leute auf jeden fall falls ihr euch die zwei dinge runtergeladen habt dann können wir schon mal mit dem installationsvorgang beginnen und zwar was wir wieder brauchen ist der pax ordner für die leute die sich schon ein bisschen auskennen mit den ganzen sachen die werden auch wissen was der pax ordner ist ich habe mir hier eine kleine verknüpfung erstellt und zwar ist es dieser ordner wo eben hier 22 elemente drin sind den müsst ihr öffnen wir haben hier oben nochmal den ganzen pfad also falls ihr nicht wisst wie ihr hier hinkommen könnt dann folgt einfach eurem lokalen datenträgerprogramm apple games fordner fordner game content und packs falls ihr noch fragen zu diesem ganzen dateipfad oder zu diesem ordner habt könnt ihr mir gerne in den kommentar stellen leute auf jeden fall falls ihr hier hinkommen seid habt ihr schon mal die halbe miete was jetzt noch macht ihr öffnen dieses scythe tool einmal doppelklick drauf drücken dann öffnet sich hier so ein schönes fenster dann haben wir zwei dateien oder erstmal den ordner und dann haben wir zwei dateien wie immer einmal eine readme text datei die könnt ihr ignorieren und dann haben wir natürlich wieder die dem scythe swapper v3 plus sound exe den ziehen wir uns dann einfach gleich mal in den ordner ein nicht mehr müsste man einfach nur reinziehen das war es eigentlich schon dann könnt ihr auch dieses winterer fenster wieder schließen und dann könnt ihr euch dieses fenster ein bisschen vergrößern oder lasst es einfach so auf jeden fall haben wir den scythe swapper dann wieder ja in diesem ordner drinnen was jetzt aber noch macht er drückt doppelklick auf dieses programm drauf und öffnet sich so ein schwarzes konsolen fenster wieder eben vom developer bei slayer also fmbX ja das schon geöffnet habt und falls ihr dieses konsolen fenster habt dann stehen hier wieder zwei befehle die wir ausführen können einmal den swap scythe befehl und einmal den reword befehl das heißt dass wir das alles wieder rückgängig machen aber wir also uns interessiert ist erstmal ist das den scythe befehl das heißt wir drücken wieder 1 1 drücken und dann die eingabe taste und das programm replays automatisch die ganzen dateien und wir können das fenster schon schließen leute hier steht nun mal dann das ist eben das ist ja das programm das alles gemacht hat und fertig ist leute auf jeden fall wenn ihr fertig seid könnt ihr euch das fenster wieder schließen und wir können das fenster oder dieses programm besser gesagt wieder aus unserem ordner löschen einfach entfernen das und drücken und ja das war es eigentlich schon jetzt werden kurz in game gehen und dann werden wir sehen dass wir die save auch in game haben leute und ja dort auf jeden fall sind wir jetzt in game angekommen wir sind gleich mal auf spiel gegangen und wir gehen jetzt ganz kurz zu den spitzhacken und dann kann ich euch zeigen dass wir diese auch in game haben leute auf jeden fall sind wir hier dass wir ein paar spitzhacken haben und dann sehen wir in der mitte schon den schnitter also die sense leute die wurde wie schon vorher gesagt durch diese schraubenspitzhacken aus season 5 wenn ich mich jetzt nicht ihre ja ausgewechselt also geswappt eben durch die texturen und so weiter auf jeden fall haben wir jetzt den schnitt also die sense spitzhacken mit icon mit sound und so weiter können wir mal kurz den sound abhören für die leute die es interessiert auf jeden fall funktioniert das auch in game das heißt es funktioniert nicht nur in der lobby sondern es funktioniert auch in game leute wie ihr schon im pre intro vor gesehen habt leute auf jeden fall würde man sagen das war schon mal mit dem video ich hoffe weil das euch gefallen hat lasst auf jeden fall eine leitende postwertung und ein abo da und vergesst auf jeden fall nicht die glocke zu spielen und das video mit euren freunden und verwandt zu teilen leute und sonst wünsche ich euch noch viel spaß mit der sense und einen wunderschönen tag haut rein cheerio bye